Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen gutem Design und mehr Umsatz. Eine aktuelle Studie belegt, dass Unternehmen mit gutem Design in fünf Jahren ein um 32% stärkeres Umsatzwachstum hatten als Firmen mit schwachem Design. Über einen längeren Zeitraum von zehn Jahren hatten designaffine Unternehmen sogar 228% bessere Ergebnisse als die Top-Firmen in den Standard & Poor's 500. Mein Name ist Helene Klara Gamper und mit HCG Corporate Designs gestalte ich seit elf Jahren professionelle Designs für Digital und Print. In all diesen Jahren wurden 6000 Seiten für Printprodukte wie Broschüren und Magazine gelayoutet, 2000 Artikel für interaktive und multimediale App-Magazine für Tablets und Smartphones umgesetzt, 300 Logoentwürfe skizziert und 400 Datensätze für Infografiken visualisiert. Meine Digital-Designs erreichten 300.000 Aufrufe. Das sind die 170.000 YouTube-Aufrufe natürlich nicht eingerechnet. In den letzten zwölf Monaten erzielt meine Print-Designs eine Reichweite von 50.000 Menschen. In den letzten elf Jahren habe ich Kunden aus 24 Branchen aus acht Ländern auf vier Kontinenten mit erstklassigen Designs geholfen, ihre Unternehmensziele schneller und besser zu erreichen. Wie auch sie zu den Unternehmern gehören, die von erstklassigem Design profitieren und wie wir das für sie umsetzen können, erfahren Sie in einem prustenlosen Erstgespräch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017